Ich habe keine Fährstunde, wenn die jetzt aufsteigen in der Fahne sind. Ich glaube nicht, dass die glauben, dass wir direkt an die Fahne landen. 990 Meter. Ah, er lebt ja noch, er sollst jetzt ein paar Leute abrichten. Wir landen direkt west durch die Fahne. Oh, jetzt kommen wir beim Berg runter. Deswegen habe ich die Kurve da so gezeichnet. Scheiße! Unter dem Tal landen wir nicht. Schön da ran. Wir wollen hier aber keinen Pick-up ausmachen. Wir wollen hier. 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 Halt! Ach, der Picker verkannt. Ach, von AT schießen, weg vom Hammack. wir haben ein medic da sagt audio kontakt im süden was ist das kommt auf heli landen punkt hat zu versuchen zu kriegen weil sonst kommen wir nicht für die stelle hat da kaputt adi noch mag er ist bei unserer alten abladung ab in die stadt Ach, der kommt nicht in den Westen, da ich hier aufstehe Mick, ist hier hart? Ich bin sehr hoch Das war's für heute. Ist der Hunter immer noch aktiv? Gute Frage, nächste Frage. Geh dir kipps auf, lauf! Geh dir's auf, Tod. Du bist du nördlich der Stadt? Nein, ich bin nicht nördlich der Stadt. Du hast auch gar nicht geschossen. Negativ. Dann hab ich einen Sniper vor mir irgendwo. Auf den 176er irgendwo. Ich bin nicht nördlich der Stadt. Ok, für Top bekommen. Ist wieder markiert. Ach gar nicht. Bin im Laufen. Ich hab zwei. Aber du meinst jetzt bei dem Berg im Neustost? Ok, ist jetzt markiert in Gelb. Hab drei. Ja gut, da hinten kann ich den nicht kriegen. Luca, bei dir wird geschossen, oder? Hallo, ich krieg mich kurz auf der 50 ein. Preacher wird euch zur Unterschlitzung zu euch kommen. Amt der Hangge ist da an den Boden. Das war aber ein eigener Kast, der das Ding kaputt gemacht hat Ja, der Aufreinfeind hat er Ghosturk startet von Sega Falle ruck Jetzt Hauptgruppe Einfeind ist direkt im Farmbereich erledigt So, ich geh jetzt nicht nachher, schütze an der Lohen Fahrzeug fährt zum Spot Schön Zweifach besetzt Hummingbird landet im Osten Kannst du sagen, die Entfernung? Zur Stadt, 50 Meter, da fliegt auf die Stadt drauf zu Ja, check So, Eiger, vorfliegt sich jetzt der Raptero und hinterher Voll beladen Da sind alle da Da steht noch einer, da steht noch einer Ja, der ist ein AFK, der ist am laggen wie sonst was Der ist schon genug gefressen Ach, weiter Ja, der ist ein AFK Old, bis an mir vorbei Letzter Kontakt war, Rotmarkierung ist da im Gebäude rein Danach habe ich ihn aus den Augen verloren Sniper tot Nice Ja, Taukro, Scharfschütze im Nord-Osten, nicht erwischt, habe ihn aber vertrieben Egal bei LZ Süd, bitte, die ist sicher Im Osten bewegt sich ein Fahrzeug Ich habe immer noch einen Freund bei mir close Okay, ich komme zu dir Zwei Mann im Fahrzeug im Osten Einen habe ich, so hier muss noch einer sein Ich gehe mal rund um deinen Haas Außenmauer, vermutlich oder so Außenmauer, vermutlich oder so Ich bin auf den Hast du ihn? Ich glaube du hast ihn Negativ Ich bin auf den 100 Warte, knack Ich bin auf Ich habe Blick darauf, du kannst flanken Radiofroad Osten Ich sehe es ja gleich Wer hat die Granaten geworfen? Ich Ancheck Verteilt euch mal alle bitte, es sind gerade irgendwie 8 Leute hier dort Kann man bei Zocker landen? Ja ja ist wirklich jeder kommt jetzt rein was hat dich da oben erwischt zocker und m sie waren während das damit beschäftigt sich gegenseitig abzuschießen der fein zeiter schießt wieder toppen hoch wieder aus der selben richtung ja selbe richtung aber ein bisschen dichter ja der braucht auch nicht ok der hat gar nicht auf uns geschossen markieren wir den sniper damit wir den hilly draufschicken können ja find den mal ja guck mal die richtung aber der hat eben aufs dritten und mich direkt auf eine tür die nach Norden gerichtet ist geschossen nein der hat auf den hilly geballert und von was habe ich schaden genommen inkompetenz weil er nicht tropfen hat so tief lap shot halt ja top q der könnte auch schon ins innen tal runter sein und aus dem tal raus auf dem hilly geschossen haben ja check habe ich gemacht ja ich schaum mich hier um aber ich höre ihn auch nicht schießen also ne grad schießt er nicht kann es sein dass den gegnern schon wieder das geld ausgeht ja ne die am schredder das reicht ne in die richtung in die richtung in die richtung in die richtung das ist auch eine offroad auf dem laufweg alt auf dem laufweg alt jetzt bei lagerhalle da steckt sich Der Master dem Stein ist nur verrundet Ok, danke Direkt zwischen den großen, wo du drauf schaust, dahinter ist er Hier fährt ein Offroader rum Feind, feind, feind Setz den Moskroater Vier Mann Vor der Westen, die Westen Wenn er da nicht ist, ist er wohl da unten Beispiele Beispiele Komm mit mir mal.